ich habe sie jetzt fertig. also hier oben ist nur ein kleines loch drin. damit das so verschoben werden kann. musste ich den wieder neu einnieten. ja aber jetzt ist dies wieder funktionsfähig und der kunde kann das wieder einbauen. gut das war es von meiner seite aus. kleine eckumlenkung. hat auch ganz schön aufgehalten weil das muss jetzt mal rausgefummelt werden und dann wieder zusammengesetzt werden. das war nicht ganz so einfach. und ja aber sie ist fertig. gut das war es von meiner seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes projekt. hallo herzlich willkommen in meiner werkstatt schloss raulldorf. ich habe hier eine eckumlenkung. eine von geht sie. da ist auch noch eine nummer drauf. 0615383b und dann ein r. besonderheit dabei ist, die hat hier auf der einen seite nur ein loch. also die ist hier weggebrochen. und da weiß ich noch gar nicht wie ich das machen soll. auf dieser seite hat sie praktisch einen pin. ok. komplizierter fall. so erstmal auf anhieb. aber ich denke mal sollte ich hinkriegen. ansonsten löse ich das problem gleich erst. das ist mal eben hier der stallband fertig. dazu kommt noch das ist nicht das normale stallband. sondern das ist eben halt kleiner. sieht so aus. gut egal. ich mache mich mal ran und versuche das ganze mal wieder in stand zu setzen. damit der kunde wieder sein fenster schließen kann. ja wie gesagt also das ist eine ganz kleine. ich mache nochmal hier das maß von der. nehme ich nochmal eben. 74 und hier haben wir 70,6. gut. ja. ich versuche das mal fertig zu machen und los geht's.